Hättest du das gern? Sag mir nur die Wahrheit. Ja, wir haben es hier getrieben. Wo? Da. Da drauf? Da haben wir das erste Mal gefickt. Hast du an mich gedacht? Wann? Wann habt ihr es hier getrieben? Beantworte die Frage! Heute Abend. Es ist dir gekommen? Wieso tust du das? Weil ich es wissen will. Ja, ich bin gekommen. Wie oft? Zweimal. Wie? Er hat es mir zuerst mit der Zunge gemacht und dann haben wir gefickt. Wer war wo? Ich war oben. Und dann hat er mich von hinten gefickt. Und da bist du das zweite Mal gekommen. Wieso ist dir der Sex so wichtig? Ich bin eben ein scheiß Höhlenmensch! Hast du dich angefasst, während er dich gefickt hat? Ja. Machst du es dir vor ihm? Manchmal. Und er vor dir? Wir tun einfach alles, was Menschen miteinander beim Sex tun. Läst du ihm auch gern ein? Ja. Magst du seinen Schwanz? Ich liebe ihn. Und spritzt er dir ins Gesicht? Ja. Wie schmeckt es? So ähnlich wie du, bloß Süße! Gut, gib's mir. Dankeschön. Danke für deine Offenheit. Jetzt fick dich und verren... ... Untertitelung des ZDF, 2020